Was kann Chaos nur gemeint haben, als er gesagt hat, dass er heimgehen will? Wir haben seine fliegende Festung doch schon zerstört. Ja, ich erinnere mich deutlich. Boom! gesagt zu haben, als wir das gemacht haben. Vielleicht meint er den Ort, wo er aufgewachsen ist. Ihr wisst schon. Die östliche Westregion der Skylands. Das wäre einen Versuch wert. Andere Hinweise haben wir ja nicht. Flynn? Ja, ich mach schon, Kaylee. Ich würde einfach Kurs nehmen auf die östliche... westliche... den Teil musst du mir noch etwas genauer erklären. So, wunderbar. Machen wir Lucario. So, Lelek, was geht? Es wurde sich Igniter gewünscht. Ich hab leider nur den hier. Den Legendary hab ich wie gesagt nicht mehr. Ähm... Habe ich leider nicht mehr, weil... Ja, weil meine Freundin den verkauft hat. Mit Legendary Slam Bam und dieser anderen Legendary Figur, die in diesem Dreierpack waren. Meine Freundin alles verkauft. Ja, das war's. So. Okay. Okay. Okay, müssen wir mal... Ah, da ist auch noch ein Flügelsaphir. Ah, let's go. So, hallo, Nyni. Ah, genau. Ich wollte einmal das Glücks-O-Tron-Rad da einsetzen. Genau. Das machen wir mal eben ganz, ganz schnell. Richtig. Ich hab ja, ähm, genau. So. Leer. Kraft oder Gesundheit? Gesundheit ist immer wichtig, würde ich sagen. Da ist noch gesperrt. Kapitel 7. Willikind. Ah, ich erinnere mich an das Dorf. Ja, das war ein belastendes Level, glaube ich. Ich glaube, das war nicht so geil gewesen. Ah, wir schauen mal. Wir schauen mal. Ah, geht das nun hier so oder sind diese Leute irgendwie komisch? Komisch. Ich glaube nicht, dass das Leute sind. Ich glaube, das sind irgendwelche Holzpuppen. Was sie auch sind, sie machen mir Angst. Sie werden bei der Reparatur des Schiffs keine große Hilfe sein. Kann sein, aber irgendjemand muss sie gebaut haben. Versuch herauszufinden, wer das war. Vielleicht kann er uns auch helfen, das Schiff zu reparieren. Mal wieder. Na gut. So. Die ganze Puppen hier wieder. Drüben ist der Flügel Saphir. Die Frage ist, wie kommen wir denn da, wie komme ich denn da drüber? Wie kommen wir denn da drüber? Wir werden es rausfinden. Ah, hier haben wir erst mal eine Schatzkiste. Let's go. Wir machen jetzt mal auf den Schalter. Schalter war da. Okay, ich schaue mal gleich nach. Schalter. Wo ist der Schalter? Der Schalter? Das ist mit dieser Wechselwelt, ne? Jo. Stimmt. Ja. Oh mein Gott, nein. Stimmt, hier ist Wechsel, ne? Das haben die ja bei Trap Team auch gehabt, ne? Oder war das Trap Team? Oder war das Imaginators? Weiß ich jetzt nicht. Sprudelwelt oder was das war, ne? Ja gut. Egal. Müssen wir durch, Leute. Müssen wir durch. Steckst du nicht drin? Müssen wir durch. Müssen wir durch. Müssen wir durch. Okay, okay. Nicht schlimm. Ah, ist nichts passiert. Okay. Jetzt gehen wir, reden wir erst mal mit dem Guten hier. Willkommen auf Insel der Willikin. Wir sind Willikin. Ihr seid gerade in unser Reich gelangt und wir freuen uns, euch zu sehen. Wenn ihr zurückwechseln möchtet, nun zu. Aber seht euch doch erst in Stadt um. Sie ist voller Freunde. In Stadt. Sehr gut. Nicht gut. Chompis. Chompis. Und und Coilmajor. Oh, drei Stück direkt. Das ist natürlich gar nicht gut. Gutes Deutsch. Da ist man bei Ego immer richtig. Ist das gute Deutsch? Komme ich da rein? Tatsache nicht. Jetzt setzen wir erst mal unsere Feuerseele ein. Ja, ja. Bist du ein Mini-Hex? Äh. Äh. Du hast es geschafft. Du hilfst uns. Du bist echter Freund, Herr Willikin. Wir können dir jetzt helfen. Ich habe von kaputtem Schiff gehört. Ich höre viel. Im nächsten Dorf machen sie teile. Teile zum Reparieren von Schiffen. Ich glaube nicht hier liegen. Aber du musst klippenlang, um hinzukommen. Da sind mehr Monster. Hier liegen habe ich die nicht. Leider nicht. Sorry, sorry, sorry. So, jetzt gehen wir erstmal in die ganzen Häuser rein. Schauen wir uns erstmal hier oben. Die wollen ja alle mit mir quasseln. Sag, Freund. Kennst du Chaos? Wir kennen Chaos. Chaos hat früher mit uns gespielt. Okay, so. Niklas wünscht sich Boomer. Da muss ich jetzt aufstehen. Digi, warte ganz kurz. Da muss ich aufstehen. Den habe ich hier nicht stehen. Ey, scheiße. Der krasse Boomer. Mein Lieblings-Skyländer. Ich liebe ihn. So, was sagst du? Tatsache. Hatten wir gestern auch zwei Stück bei uns hier zu Hause gehabt. Meine Freundin hat gestern Besuch gehabt. Direkt mal ihre Freundin zwei Babys mitgebracht. Nur Geschrei, ey. Nur Geschrei. Hi. Willkommen, Freund. Wir will ich ihn lieben besuchen. Keiner will hier mit mir vernünftig quasi... Will einer mal Himmelstein schmettern? Schmettern? Gehört, Schöpfer hat früher mit uns gespielt. Aber jetzt nicht mehr. Egal. Keiner will mit mir hier reden, ne? Was stimmt mit euch nicht? Natürlich auch nicht nett hier, ne? Ich kann... Was soll ich mit den Quasseln? Die Quasseln... Sowieso nix Vernünftiges. Hier geh ich nochmal kurz rein, aber... Au. Willst du Boomer nicht zurücksetzen? Nö, den setz ich nicht zurück. Boomer nicht. Warum sollte ich Boomer... ...zurücksetzen? Der ist sowieso nur Level 7. Von daher... Der ist, glaube ich, gar nicht richtig geskillt. Von daher... Der Rappi redet mit mir. Dankeschön, Rappi. Danke, danke. Was? Was ist denn da? Vodafone... Was ist denn jetzt los mit dir? Was stimmt denn mit... Mit dir denn jetzt gerade nicht hier? So wild wie der... Was ist denn hier? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist das? Was ist denn da? Doch, 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 richtig, richtig. Och, Vodafone, Alter, da ist doch scheiße jetzt. Obwohl, ich glaube, das ist noch nicht mal Vodafone. Ich glaube mir, dass da Twitch ist. Ich glaube, dass da Twitch ist. Oh, ein Schatz, fast so gut wie Dynamit. Der ist aber auch langsam, der Boomer, ne, ey? Der ist aber auch richtig langsam, der Gute, ey. So, dann machen wir die Stadt mal wieder. Na, noch nicht ganz, noch nicht ganz, noch nicht ganz. Warten wir mal gleich. Da brauche ich wahrscheinlich erst mal eine Bombe von drinnen, ne, gestrigen? So. Wunderbar. Wunderbar. Himmelsteine, ja, endlich. Wenigstens die Katrine will mit mir spielen. Da ist eine nette. Das ist eine nette. Nein, es wird kein neues Skylenders kommen. Definitiv nicht. So, was für Dwarbogenschütze, Alter. Was, 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 was? Hau auf, da knall ich den erst mal in die Mitte. Nehmen wir erst mal den jetzt hier. Boah, der hat, what? What? Warum hat die denn so gute Steine? Was stimmt denn mit ihr nicht? Die hat ja richtig gute Steine. Die will ich auch haben. Rententeufel. Alter, warum? Ich mach mal so. Ich mach mal so. Das sieht gar nicht gut aus für mich. Rententeufel. Das ist gut. Scheiße, krieg ich nicht kaputt, ne? Da geht... Muss ich so machen. Geht nicht anders. Jetzt haben wir jetzt... Wenn er jetzt kein Vieh hat, hab ich gewonnen. Ach, ich hab den da über mir eingenommen. Ach, geil. 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 Gib mir den Stein. Für Schompi. Die hat die Übersteine und ich krieg dafür nur einen Schompi. Ey, das war's wieder. Mann, Mann, Mann. So, okay. Ich brauch, glaub ich brauch da gar keine Dinge ins Führ. Ich glaub, ich muss einfach nur den Schalter umlegen. Aber da ist Popfit Seelenstein. Da muss ich auch mal ganz kurz hin. Komm ich aber so nicht hin. Also kurz mit den Leuten reden. Hab für Schöpferfamilie gearbeitet. Aber dann weggeschickt. Weil Böses passiert ist. Hm. Bin nicht gut. Warst du schon in Rutherfords Haus links? Da haben wir Schlüssel zur Stadt. Aber sagt Chompis das nicht. Gargantula. Lebenszauberknilch. Du gewinnst. Ist das schlecht. Ist das schlecht. Oh, Lebenszauberknilch. Hab ich euch eigentlich schon mal erzählt, wie sehr ich Lebenszauberknilch da hasse? Das sind so die schlimmsten Gegner, die es gibt. Hab ich euch das schon mal erzählt? Ich glaub nicht, ne? Hey, hey. Hey, hey. Ich bin brandheiß. Das ist aber der geilste Spruch, ey. Im ganzen Spiel, ey. Hey, hey. Ich bin brandheiß. Da sehe ich den Flash auch so. Vom Spiegel dem Morgens, ne? Wenn er sich dann auch so ein Imbisstütchen, Moped auf den Lachs, also auf den Kopf setzt da, ne? Dann stellt er sich auch vom Spiegel. Hey, hey. Ich bin brandheiß. Geld zum Verheizen. Geld zum Verheizen, sagt er. Da oben ist der See entstanden. Das ist natürlich, das ist natürlich interesting. Das ist natürlich interesting. Komme ich da jetzt dran? Da muss ich ja erstmal, glaube ich, weiterlaufen, ne? Ey, Ego Fisch, was geht? Das bringt gar nichts, was ich hier mache. Das bringt überhaupt nichts. Was, was ich hier mache. Ne, das hat gar keinen Sinn gehabt. Das hat gar keinen Sinn gehabt. Zeit zu schlafen. Hä? Wie komme ich an den Seelenstein? Das gibt's doch gar nicht. Wie komme ich an den Seelenstein dran? Mann, das gibt's doch nicht. Wie komme ich da dran? Leise, aber tödlich. Hoch hier den Aal. So kam ich doch da gar nicht dran, oder doch? Ich gehe. Nein, nein, nein. Aber... Ja. Ich glaube, meine Nachbarn sind wieder am Werkeln. Versuchen zumindest wieder. Ich höre auf jeden Fall irgendwas sägen wieder. Die versuchen es wieder. Die versuchen es wieder, ja. Zeit zu schlafen. Motivation ist da. Motivation ist da. Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Ah, okay, warte. Jetzt komme ich an den Seelenschmutzstein, oder? Ich glaube, jetzt komme ich dran. Ich glaube, jetzt komme ich dran. Ja, ja, ich glaube, jetzt ist er vorbei. Ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Nach dreieinhalb Stunden haben wir es geschafft. Die wissen, dass du streamst. Wollen wir hochmotiviert machen da mit ihren 500 Mann da. So, wo ist der Schmutzstein? Da ist er. Ihr hättet mir auch sagen können, dass ich da nach dran komme. Ihr hättet mich nicht 200 Jahre suchen lassen müssen. Danke. 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 Ich hab den da, da ist er. So, erst mal wieder gucken, wo er ist. So. Erst mal den Schlüssel da hinten holen, würde ich sagen. Machen wir erst mal. Der liegt hier so einsam und verlassen. Dann schnappen wir uns den nochmal ganz schnell. Sehr gut. Okay, warte, warte, warte. Jetzt gehen wir erst mal in die Häuser rein. Hey, was geht? Hi. Hast du mal hier so ein, so ein, so ein... Na, Glück, so Trombeierne, die nehmen wir mit. Oh, Bumbeutel. Was ein Himmelstein. Nicht schlecht, der Specht. Nehmen wir aber nicht mehr. Nein, ich will keinen laden. Ja, tschau. Okay, so, nächstes Haus. Ist auch ein Schlüssel. Nicht der, ja, einfach nur so. So, gar nicht. Komm, liegen die Kies da einfach nur so rum? Wo kommen die denn jetzt her? Hallo, Melon, Mann, was geht? Oh. Schnau, alles einsam. Stufenaufstieg. Stufenaufstieg. Warum denn nicht? Ah, Stufenaufstieg. Dankeschön, Drachenkaiser. Okay, aber... Ah, deswegen brauchte ich drei Kies. Ah, warte. Ich hab da alle besiegt, oder nicht? Hä? Ach, wann machst du denn das? Nein! Ach, du... Du Chompy. Nein! Boah, Alter, die machen aber auch Hits, ne? Da brichst du aber zusammen, ey. Wenn die dir einknallen hier... Ich sterb hier nicht durch Chompies. Ich sterb hier nicht durch Chompies. Ich nicht. Bin zu gut in dem Spiel. Hab ich euch schon mal die, ähm... Die Story zu Flameslinger erzählt, wo ich den her hab? Hab ich euch das schon mal erzählt? Weiß ich gar nicht. Hab ich das schon mal gemacht? Ich hab euch ja schon mal erzählt, dass ich damals, ne, zu Giants-Zeiten, Spouse-Adventure-Giants-Zeiten, bin ich ja damals immer zu... Ja, zu... Also dreimal eine Woche nach Toys R Us gefahren. Damals gab's ja noch Toys R Us. Immer nach, ähm... Nach Bochum, nach Dortmund, nach Essen. Dreimal eine Woche. Naja, also ein Tag da, ein Tag da, ein Tag da. Nur nach neun Figuren. Und irgendwann bin ich nach Gladbach gefahren. Für den hier. Also, wusste nicht, dass es den da gibt, aber ich war noch nicht in Gladbach bei Toys R Us. Und dann bin ich nach Gladbach extra gefahren. Ich, ich... Alter, ich war so süchtig nach den Figuren. Und die hatten dann nur den Flameslinger. Ja, hab ich dann Flameslinger gekauft gehabt. Ja, ja. Damit ich nicht umsonst bis nach Gladbach gefahren bin, ey. Alter, alter, alter! Was ist das denn? Ey, du Jumpy-Match! Ey! Alter, was stimmt mit ihm nicht? Sei gegrüßt. Tatsache, der Jumpy-Match. Und du bist kein Jumpy, also mag ich dich nicht. Ich auch nicht. Mal sehen, ob du meiner bösen Magie ausweichen kannst. Weich aus, weich aus, weich aus, weich aus. Was? Was? Da ist doch das gute Zeug. Da ist doch der gute Stuff. Warte mal. Hier. Ja. Hier. Ja. Ja, ja. Schön auffallen hier, den Aal. Ja. Ja. Oh, das war's also. Ich bin damit fertig, mit dir zu spielen. Ich auch. Hey, Freund. Ich kann helfen. Benutze Schalter, um in andere Welt zu gehen. Böse Magie wird gute Magie. Dann macht ihr mir halt nur so fort. Wie macht man das? Achso. Jetzt lass mich dich doch angreifen. Nein, 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 nein. Ich wusste nicht, dass man dich die ganze Zeit machen kann. Das Spiel ist zu einfach. Das Spiel ist zu einfach. Ich brauche Herausforderungen. Können wir jetzt weitermachen? Schießen alle auf mich. Wie viel Leben hat der überhaupt gerade, Peter? Ja, das ist angezogen. Fällt dir das? Ja? Nein. Nein. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. Oh, shit. Nein! Alter, der gibt mir jedes Mal noch einen 150er-Hit hier. Was soll denn das? Naja, das ist das gute Zeug. Das ist das gute Zeug. Warum? Ion! Quatsch nicht fest. Dark Spyro musst du dir mit Kanalpunkten unter der Rubrik Giants wünschen, kaufen. Bitte. Oh, Lucario. Hört die Spendierhosen an oder was? Hört Lucario denn vier Pizze? Jetzt stirbt doch! Oh! Was? Sein. Jetzt müssen wir mal! Oh! 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 Ein Hoch auf unsere neuen Freunde! Ihr habt Jumpy-Magier besiegt, also haben wir Schiff repariert, aber auch besser gemacht. Hey, das ist sehr nett von euch... Dingern. Und jetzt kümmern wir uns um Chaos. Chaos? Oh, wir kennen Chaos. Oh, Lucario. 18 Herzen hier. Oh, Lucario. Warum nicht? Weil es großes Kraftfeld um Heim herum gibt. Aber Kraftfeld kommt von Trollburg. Danke. Ja, richtig. Trollheim Sicherheitsburg hält Heime sicher seit 35 Jahren. Tja, danke für den Tipp. Bis dann, ihr schrägen kleinen komischen Typen. So, als nächstes wurde sich Moltenhotdog gewünscht. Tatsache, habe ich den. Alle Hüte gefunden. Nein! 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 Nein!